so weiter geht's mit der quali und haben wir heute trockenes wetter vor allen dingen na dann auf willkommen zurück am marina bay circuit die hohe luftfeuchtigkeit macht uns hier allen ebenso zu schaffen wie die spannung willkommen beim qualifying in singapur diese strecke mit ihren vielen langsamen kurvenausgängen war schon immer eine starke belastung für die hinterreifen hier zählen sowohl die eigenschaften des fahrzeugs als auch der fast deal es gibt eine reihe von langsamen kurvenausfahrten bei denen die hinterreifen jede menge energie übertragen die fahrer müssen geschickt mit dem gas spielen damit die reifen nicht zu sehr durchdrehen sonst besteht rutsch und überhitzungsgefahr und die reifen können stark verschleißen genau so ist es und damit zum qualifieren na dann auf so Zitzen 39 für die 38er Runde sein müssen. 38, 34. 37, yes. 39, yes. 39, yes. 39, yes. 40, 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 yes. 41, yes. 41, yes. 41, yes. 41, yes. 41, yes. 41, yes. 42, yes. 42, yes. 42, yes. 42, yes. genau die für mich ins auto nicht schlafen So. Gut. 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 ... So, noch ist alles ruhig... bei uns auch. Okay. So. So. Tut sich da gerade was? Ja. So. Dann müssen wir jetzt auch nochmal raus. So. 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 37 Minuten. Yes! Wir müssen was haben. Wir müssen was haben. Wir müssen was haben. damit ist das qualifying beendet aber seien sie unbesorgt wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen preis deswegen war die runde so wichtig sind sie haben nur dritter gewesen gute arbeit auf der strecke zu ein paar fragen sind sie zufrieden mit ihrer startposition im rennen morgen ja wir haben heute ganz schön lack einbüßen müssen hatten sie schwierigkeiten mit dem grip oder problem ein bisschen rutschen kann man ja so punkte werden morgen geholt im rennen ok das nennt sich wohl erfolgreiches qualifying damit haben wir im rennen eine gute chance genau das rennen wir zum morgen an